Moin Leute, ja ich kann es wirklich kaum glauben, die Privilegierung von Balkonkraftwerken wurde gestern im Bundestag beschlossen und das ist mit Abstand das wichtigste Gesetz. Damit sind jetzt wirklich alle Punkte unserer Petition von damals umgesetzt worden. Ich meine, das ist schon krass, oder? Also ich weiß nicht, ich fand es echt cool. Ich habe mich richtig, richtig gefreut. Nochmal ganz kurz, was ist Privilegierung? Es bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ihr als Mieter keiner Willkür seitens der Vermieter- oder Wohneigentümergemeinschaft mehr ausgesetzt seid. Für die Verhinderung von Balkonkraftwerken müssen jetzt richtige und triftige Gründe vorgelegt werden. Ein sieht nicht schön aus oder sowas reicht nicht mehr. Das ist schon echt ein ganz, ganz starker Schritt nach vorne. Was man jetzt hier auch einfach mal sagen muss, ist, dass die Ampel an der Stelle mal wirklich Wort gehalten hat. Es gab zwar eine Menge Diskussionen und Problemchen und es war für uns jetzt, also als Petitionsteam quasi ein anderthalb Jahre langer gefühlter Kampf. Wir haben viel gemeckert und wir haben super viel Stress gemacht, aber am Ende habt ihr tatsächlich euer Wort gehalten und es umgesetzt. Also wenn auch aktuell viel gemeckert wird über die Ampel, für diese spezielle Arbeit hier und das, was wir erlebt haben, jetzt einfach mal ein Danke. Das habt ihr tatsächlich gut gemacht und zwar alle drei Parteien. Ja, als kleines Dankeschön für eure Unterstützung, also eure Unterstützung als supergeile Maker-Community habe ich mit Professor Krauter, Sebastian Müller vom Verein Balkonsolar, Christian Ofenhäusle von machdeinstrom.de und auch Simone Herpig aus meinem Team oder auch beim Verein Balkonsolar haben wir einen Ratgeber oder beziehungsweise ein Buch über Balkonkraftwerke geschrieben. Und das Buch richtet sich an Anfänger und erklärt die meisten und wichtigsten Fragen. Also damit seid ihr eigentlich ganz gut in der Lage, so ein Ding dann anzuschließen, Anmeldung, technisch, was kann ich erwarten und so weiter. Alles mögliche drin, auch mit ganz vielen Bildern und das ist wirklich eigentlich echt ziemlich gut, glaube ich, zu verstehen. Wir haben das Buch in unserer Freizeit geschrieben, es war echt viel Arbeit, wir bieten es euch trotzdem kostenlos an. Oder beim Verein Balkonsolar ist es eher, bezahl so viel du kannst und willst, aber auch 0 Euro wäre da in Ordnung. Bei mir auf akkudoktor.net könnt ihr es einfach komplett ohne Registrierung, ohne alles einfach direkt downloaden. Jetzt die Frage, warum kostenlos? Ist eigentlich ganz einfach, meinem Verständnis nach sind Balkonkraftwerke als Einstieg in die Erneuerbaren gedacht, einfach da mal reinzuschnuppern, selber auszuprobieren. Weil das ganze Gelaber geht den meisten Leuten, glaube ich, auf den Sack, probiert es einfach aus und dann habt ihr einen Plan, wie es läuft und ihr werdet sehen, das ist eine ziemlich coole Sache. Das ist zudem eine gute Möglichkeit für Leute mit kleinem Geldbeutel an der Energiewende teilzuhaben und einfach ein bisschen Kohle zu sparen. Das ist halt echt, glaube ich, gerade für einen Haushalt mit wenig Einkommen echt eine ziemlich geile Sache. Naja, und wenn man das jetzt alles so betrachtet, wäre so ein Buch für 20, 30 Euro irgendwie ziemlich beschissen, oder? Also keine Ahnung, ich finde, das widerspricht der Sache irgendwie total und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das Ganze für euch kostenlos anzubieten. Ihr findet das Buch, wie gesagt, bei mir auf akkudoktor.net unter dem Punkt Balkonsolarbuch. Da könnt ihr es einfach downloaden, ohne irgendwas zu bezahlen oder zu registrieren. Das ist einfach ein direkter Link und da müsst ihr auch nichts groß machen. Wenn ihr Bock habt, uns ein paar Euro dazulassen, dann könnt ihr beim Balkonsolarbuchverein gucken. Die haben das Ganze dann so gemacht, dass ihr dann quasi da noch ein paar Euro dalassen könnt, wenn ihr möchtet. Null wäre aber auch okay. Und da würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns natürlich supportet. Wenn nicht, ist aber auch okay. Wie gesagt, wir haben es sehr gerne gemacht. Die einzige Partei, die gestern gegen die Privilegierung gestimmt hat, war die AfD. Also selbst die CDU, CSU hat das alles sehr positiv gesehen, was wir eigentlich auch, was uns natürlich gefreut hat. Die AfD bezeichnete das als Enteignung. Wie ich eben schon erklärt habe, das ist sachlich betrachtet absoluter Unsinn. Denn die Privilegierung bedeutet eigentlich nichts anderes, als ihr als Mieter keiner Willkür mehr seitens der Vermieter- oder Wohneigentümergemeinschaften mehr ausgesetzt hat. Also das heißt, wenn jetzt jemand sagt, das gefällt mir nicht oder das verschandelt die Fassade, das ist doch kein vernünftiger Grund. Also ich meine, das ist ja etwas, was man noch wieder abbauen kann. Und das geht nicht mehr so einfach. Also dafür müssen jetzt richtige Gründe vorgelegt werden. Wenn es aber technische, irgendwelche vernünftigen Gründe gibt, dann ist es natürlich immer noch möglich, das zu verhindern, weil es dann auch sinnvoll ist. Also dann ist es ja okay. Das hat mit Enteignung natürlich gar nichts zu tun. Also es wird niemandem sein Land weggenommen oder sonst irgendwie was. Das ist ein Ding, das hänge ich auf und kann es wieder abhängen wie ein scheiß Blumenkasten. Also man muss mal die Kirche jetzt einfach mal im Dorf lassen. Sondern es stärkt euch eigentlich als Mieter und damit die meisten Leute in diesem Land. Und mal ganz abgesehen davon ist der allerbeste Weg, sowas zu klären. In meinen Augen sowieso ein freundliches Gespräch zwischen Mieter und Vermieter. Und nach meiner Erfahrung und nach dem, was ich hier alles mitbekommen habe, ist das eigentlich auch der ganz normale Weg. Denn die meisten Leute sind Gott sei Dank eigentlich total vernünftig, reden einfach miteinander und dann ist das alles überhaupt kein Thema. Also wirklich in den allermeisten Fällen ist es, glaube ich, kein Problem. Und die meisten schaffen es sogar ohne Rechtsanwalt, habe ich mal gehört. Achso, und was ich noch dazu sagen wollte zum Thema AfD. Als wir das erste Mal in Berlin waren, also bei dem Petitionsausschuss, wo es echt aufregend war auch, da hat der AfD-Abgeordnete Brandt uns noch gelobt und die Regierung beschimpft, warum das alles mit dem Balkonkraftwerk noch nicht umgesetzt wurde. Er hat sogar gesagt, dass er selbst eine kleine Inselanlage hat. Also ich meine, wenn man das jetzt mal vergleicht, ist schon krass, oder? Also die haben sich einfach mal um 180 Grad gedreht, erst supporten die uns und auf einmal sprechen die von so Sachen wie Enteignung. Also ich meine, das sind halt Tatsachen, die sind halt einfach passiert. Und ich war halt dabei und das Ganze gibt es auch auf Video, falls ihr das jetzt in irgendeiner Form anzweifeln solltet. Aber das Best-of der Petition wird noch kommen, also das werde ich noch bringen. Also Abo nicht vergessen, damit ihr das mitbekommt, denn das wird sehr, sehr lustig, denn da sind teilweise echt Sachen passiert. Die kann man eigentlich echt keinem erzählen, tue ich aber natürlich, weil ich verheimliche euch gegenüber nicht. Das wisst ihr und genau, also was ich hier erlebe, werde ich auch mit euch teilen. Und bis dahin macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018